Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu euren Minecraft-Video. Ähm, das ist schon... Ich hab hier schon ein bisschen was draufgeholt. Hallo. Ja, gut. Gut. Ich denk mal hier die Sounds nochmal zu laut. So soll die Sounds etwas leicht sein. So, saftig. Ähm... Ich bin glaube... Heute machen wir eine... Mien... Das ist friedlich eingestellt? Nö. Standard-based-stellungen bei mir, haha. Aha. Fuck. So. Ja, man, der einzige geile Wurm hier. Gip. Gip. Sag mal was.. Warte mal da unten wacker, Kohle, oder? Miese Zeiten, Alter, wo ist die Hülle? Da hinten sind schon mal die Dunkels. Das heißt, hier muss ja die Hülle sein. Warte mal, da hinten wacker. Warte mal, da unten wacker, Kohle, oder? das wird um das Eisen was ich da drin für gefunden habe aber hier ist relativ egal was machen wir heute das ist ein Dorf Ich habe ein Haus gefunden. Also ist das eigentlich wahrscheinlich, dass man ein Haus so inmitten in das Nix reinfindet? Tatsache, das ist ein kleines Dörf. Ein Dorfbewohner. Hey, mein kleiner Freund. Wollen wir Freunde sein? Egal, weil normal ist alles mit dem, was geht. Ich habe so lange, weil ich auch vom Haus einfach vom Dorf bewohnert. Ich habe so lange, weil ich das Haus habe. Hey, kleine Mieze. Hierher Dorfbewohner. Ich idiot. So, nein. So, nehmen wir doch schon gleich viel Schnicke aus. This is the good most, but this man fucked up. Piss dich. Hallo. Ich habe es schon mal geschafft. Ich habe schon mal fünf Reisen. Okay, ich muss noch mal ganz kurz zart machen, weil ich kurz was umstellen muss hier, bevor ich an der Nacht schon noch sterbe, um meine Items zu... Pfff, zu glätzt, dass wir kein Fall-Damage anwagen. Jetzt hätte ich jetzt ein Problem. Miese, miese, miese Zeichen. Hallo, Kuh. Ich hab doch hier Cole gesehen. Oh, Ganyumi. Ganyumi, Ganyumi Blümchen. Yeet. 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 Okay. Ähm. Vielleicht haben wir jetzt endlich mal das freigeschalten, weil ich hab und Level 1 geworden. sehr schön gehen. Yeet. Er hat einfach sein, dass die Auch Mann ey. Er hat sich in diesem Mal im Denkungsverbruch. k ich nehme hier mein erstes Video weiter den Sondern der Hohle bleibe ich ja nicht, dann habe ich mir nur die Matten und Material geholt. Ich sage auch jetzt erstmal schon mal hier zu Freunde, wenn euch das hier gefallen hat, dann seht ihr auf einen neuen Kanal von mir, also den hier. Hier ist nochmal der Name, könnt ihr nochmal vorbeischauen und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne like, ein Abo, ist gerne gesehen. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr mein erstes Video findet. Ich sage schon mal.